Angriffen schafft es und jetzt kommt seine Zauberzacke und seine Kompostakt und Master spinn in die Luft und gib ihm noch ein Kompost und eine 20er Zacke von oben. Aber was will er machen? Immer schneller als ich. Und zack nochmal 20er und Marcel gewinnt, Marcel Glaser gewonnen, Marcel Glaser gewonnen, Marcel Glaser gewonnen. Marcel Glaser gewonnen, aber er hat zu viele Zauberträge gewonnen. Was? Dein hässliches Dreckstier macht mich fertig. Und jetzt? Du hast zu viele Zauberträge gewonnen. Scheiß hab ich. Natürlich. Er hatte noch zwei übrig, er hat sie nicht angesetzt. Jetzt guck. Ja, du meinst nicht. Ich? Nein, aus Erfahrung weiß ich nicht. Doch, du. Ne, Marcel. Cheaten for the wind. Nicht Spaß. Du hast auch das ganze Geld geholt. Du hast auch das ganze Geld geholt. Das kommt jetzt raus in den Kommentaren. Du musst ein Cheater machen. Fick dich. Ey, das war ein Tränkelschrub. Ja, wir haben gesagt, ohne Tränkel. Fick dich, ich höre nicht auf Regeln, Mann. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Hitler, kleiner Hitler, du bist so wie ein Nazi-Hitler. Kassierst du dir, Kassierst du? Schaum, ich will was zu essen. Ne, ich mache noch ein bisschen Balken, danach gehe ich. Schaum. Danach geht er heim. Ich will was zu essen. Der ist doch genug gemacht. Machst du es mir auch? Nein. Komm. Wenn du es jetzt auch machst, dann ist es auch. Schaum, ich will was zu essen. Schaum, ich will was zu essen. Schaum, ich will, ey, der cheatet so. Und wenn, wenn die ganzen Bitches am Schluss kommen, der hat so einen Vorteil und seine unfairen Zauberkräfte. Was ist das? Wie der Entfernung, ey. Der kann das voll aus der Entfernung, der cheat. Ey, Leute, wenn ihr sehen würdet, wie es so viel aussieht. Schaum, ich habe nur noch Dingens eintragen. Ich habe auch noch eine neue Zauberattacke. Ich muss mich mal testen. Hey, wie mache ich die zweite Zauberattacke? Ich mache jetzt schon 30 Teile runter. Ah, der geht zu lang. Nein. Ah doch, wow, cool. Was ist? Ich habe so eine coole Zauberattacke jetzt. Och, Fickern, Mann. Pff, halb der. Oh, wie lang? Guck mal, Meiland. Mach mal 3 Kreis, äh, 2 Kreis, äh, 3. Das ist bei mir normaler Bildschlag. Ich habe schon mal eine Bildschlager. Okay. Hey, ich spreche, stelle ich dir vor. Oh, halt. Hey, überall kommt immer Eis runter, gell? Das ist normal. Ey, das ist viel zu witzig. Ey, du kommst aus dem Nichts, ich habe ja nicht. Wo taust du? Ich wollte gleich reinballern. Zack. Zack. Oh, mein Combo war geil. Kommt es auf einen, wer einen gekillt hat oder kommt es drauf an, wie, ob, wer die schlägt? Die fährt nicht jemand. Ah. Oh, sorry. Ey, die haben ja auch solche Ultrakräfte. Ey, bei mir kommt erst 3 und dann kommen nochmal 3. Das ist immer so geil. Was habe ich genommen? Ah. Wie wird die Gleichzeit gemacht? Ja, das wird es gemacht. Aber ich bin eigentlich vor... Ich bin echt schon verstanden. Ich bin echt schon verstanden. Ich habe einen Sandwich. Das ist das. Es ist ein Sandwich. Achso, jetzt werde ich hier zum Super-Ultra-Cast-Bretchen. Geh einfach hoch. Du hast nur 4 Sekunden. Zu spät, zu spät. Du springst das. Oh, Mann. Du springst das. Oh, Mann. Hey! Hui! Verjao! Hamburger! Wollt ihr alle verreist? Wollt ihr alle verreist? Bitchy out! Ja, aber im Ernst machen wir bei den nächsten Bitchen echt ohne Zaubertränke halt. Das hat dann eigentlich voll den Nachteil, wenn wir Geld dafür ausgeben. Naja, warum? Ja, aber trotzdem, ich weiß. Aber lasst halt immer den schlechtesten, die Bitchen, bekommen. Weil das tut mir leid. Ja, weil du das schlechteste bist, gell? Ja. Ey,喂, ist irgendwie... Irgendwie leicht pervers. Es ist gar nicht so schlecht. Er hat Bitch gesagt! Ey, komm, da flieg ich rum, ich will auch fliegen, ich will auch fliegen! Hä? Das sieht genau so aus wie du. Ja, ich weiß, ich kämpfe jetzt gegen mich selber. Das ist mein böses Ich. Unfair, meinst du? Juuu! Ich habe Power, guck, 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 guck! Bitch, ja! Ich habe ihn ja getroffen, das muss ich auch nicht. Fika, ich verstehe nichts. Oh, ich habe was Neues. Das ist geil, dieser Schlag nach oben. Nein, weil wir geht es ja gar nicht. X und Y einfach. X und Y einfach. Was ist das? So ein Schlag nach oben. Wie steckt der nach unten? Kann sein. Mach mal, mach mal. Schau mal meiner. Ah, X ist gar nicht da. Komm, ich will meine Sprungattacke machen. Was? Ah, fuck die Hörerung. Nein! Ich bin, glaube ich, tot. Alter, alles für Eis. Gibt noch einer von euch? Ja, ich. Was? Boah, wie viel ich dir Leben gegeben habe. Dem auch immer. Ich bin tot, gell? Alter, die... Dann kriege ich erstmal. Überleg mal. Guck, wie die sich nur die XP einrampsen wollen. Ja, wir können nicht alles wieder überlegen. Doch, erst schnell. Ne, wenn ich muss das. Ja, dann hast du überwähig. Ist doch egal. Fika. Natürlich habe ich wieder keinen, äh... Ich weiß nicht. Gesundheit? Nein. Eigentlich ist das Spiel ja hier auch gewalttätig. Weil ihr spritzt ja auch Blut und so, um Körperteile freundlich zu gehen. Das ist schon mal so eine Einstimmung auf Dead Space. Oh, wie slackt! Mach mal raus.